Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Way Donkey Kong 64. Ich bin, wow, Dway Deaver und, ja, wir haben beim letzten Mal, bei meiner letzten Aufnahme-Session, äh, Jungle Jeeps für unsere beiden Primatenfreunde hier abgeschlossen und werden jetzt voranschreiten in das nächste Lair, welches sich aufgetan hat durch Kelumsies mächtigen Tanz. Und, wenn ich mich nicht irre, dann dürfte das hier oben sein. Das war, ja, dieses komische Axtegen-Level. Was wir mit diesen Erdtügel machen können, werden wir auch erst später erfahren. Später, viel später. Nein, nein. Ah, was? Ah, was, wir können zur Bananenfee, oder? Können wir das schon hin, oder brauchen wir dazu? Ich glaube, wir brauchen dazu Tiny. Tiny Kong. Ich weiß nicht, wieso, aber... Tiny hat eine beschissene Fähigkeit, wie ich finde. Wer möchte denn bitte noch kleiner werden, als man so schon ist? Gut, um irgendwo durchzupassen, aber... Wenn man größer wird, dann kann man möglicherweise das Ding einfach einreißen, so. Dü, dü, dü. Na, was haben wir da? Ein Schalter für eine Feder. Ah, hier haben wir solche Gongs, die wir mit dem Chimpy Charge... Buhu, und dann fahren die stylisch in den Boden. Ne, falsches Ding. So. Und herauskommt... ...ein Fass. Mit einem Minispiel, das ist ein, ja, Minispiel-Fass. Gucken, welches Minispiel... Ne, wo ist das Ding? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das Ding hoch. Wie komme ich da bitte hoch? Vielleicht mit einem Kribbel-Jump. Ich weiß, dass die sowas kann. So. Einfach wie wild auf den Sprungknopf hämmern. Na, mächtiger B-Locker. Komm mal, Ivengott. Ja, wir wissen schon. Du willst 5 Bananen sehen, wir haben 11. Passt. Also anscheinend können wir das da noch nicht machen. Ohne weiteres. Vielleicht später, aber gehen wir in das nächste neue Level hier. Genannt. Ah, Katzi. That meddlesome Monkey should be burned to a Crispy by now. Worse. Blah. Keine Ahnung. Ach, da ist es. I'm sorry, Master. He was the Kreekvammer. But I get him next time. Armidillo heißt das Ding. Net. Imbe... Imbecile. I don't think... I don't like failure. Do you know what happens to... Someone help me. Gulp. Stare. Glutz. Tot. I've waited too long for this. Ja, ganz genau. I won't let those flea-beden monkeys win my plans this time. Ja, gut, ganz genau. Er wird sich sein Plan diesmal nicht verlerben lassen. Neues Level. Angry Aztec. Also... Mies gelernt als Taker oder so. Das weiß ich. Und... Swinging, swinging, swinging. Keep swinging, swinging, swinging. Keep swinging all the day. Da war gerade ein Ananas-Tür-Schalter-Dingens. Okay, wir haben jetzt noch keine Ananüsse. Mhm. Warte, ist das die Merze von Ananas? Da haben wir Kokosnuss-Schalter. Gut. Gut, dass wir gerade als Zidikon unterwegs sind. Äh... Werden wir hierhin wohl zurückkommen. Wird hier nicht lange dauern. Ich glaube, hier vorne war gleich ein Fass. Und... Willkommen im ersten Teil dieses doch recht großen Levels. Da haben wir Gobi. Das... Listen to me. The key to my freedom lies in the clouds. Yo. Was das wohl heißt? Äh... Warte, mal schauen. Wie viele Münzen haben wir gerade? Acht. Das macht sich doch gut. Denn dann können wir hier jetzt zu... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Au. Äh... Zu ihr gehen. Und sie versorgt uns mit... Fetten Funks Candy's Music Shop. Oha, sie ist schon ein richtiges Zuckerstückchen. Ich glaube, sie traf da auch noch hier auf. Sie gibt uns ein Musikinstrument, mit dem wir... Alles vernichten können. Du darfst reden. Well, hello, Diddy. You just take it easy and let Candy tell you how. She's gonna make you feel real good. Why for just a few little old coins you can have my musical instruments and have extra medals to come on now, Diddy. Just reconciled from... and sworn a medal for free. Let's give it a try, shall we? Das ist cool. Ja, das ist... Gitter-Gesimp. Ne, a fette wrist, Diddy. Stark. Aber das Beste ist, dass man damit alle Gegner und Hörweite vernichtet. Und blablabla... Ich glaube, es war C rechts. Ne, jetzt hier unten. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Und das Tolle ist, dass jetzt unsere Energie auch um eine Melone erhöht hat. Also wir haben jetzt vier Trefferpunkte mehr, die wir verbraten können. So, mal gucken, was es noch hier gibt. Ich glaube, das hier ist noch nicht... Hey, da oben ist ein Diddy-Fass. Und Diddy-Ballons und... Hey, cool. Diddy-Zeug. Diddy-Münzen. Und schon haben wir das Zeug wieder rausgeholt. Und Bananen. Äh... Ja, das war's. Komm schon, Ballon. Da. Störballon. Doch komm, ist es doch... Sag mal, willst du mich verarschen, dummer Ballon? Da, 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 da. Ich muss doch irgendwas treffen. Mach's mir doch nicht so schwer, scheiß Ballon. Das kann doch nicht angehen. Ich werde mich vielleicht mal auf eine andere Position begeben und dann von da aus dieses dämliche Ballon-Ding versuchen zu, ja, natzen. 50 ist bis jetzt auch unser maximales, was hier an der Munition tragen könnte. Ich glaube, das wird nach später noch mehr. Hoffe ich zumindest. Jetzt aber. Na los. Willst du mich verarschen? So. Damn. What? War da gerade irgendwo ein Geräusch? Splat. Ach, hier ist irgendwo ein Crusher in der Nähe. Mit dem wir jetzt noch nicht viel anfangen können. Und... Ja, wechseln wir zu Donkey Kong, würde ich sagen. Und... Machen Funky-Shit. Denne, denne. Wie viel müssen wir mit DK9? Ja, das ist nice, würde ich sagen. Ich glaube, damit können wir schon einiges mehr erreichen hier. Hey, cool. Bananen. Und Lianen-Action. Nur nicht failen. Danke, äh, Donkey. Das war genau so, der habe das, was ich wollte. Also, ja. Die ganze Zeit, bis ich hier wieder spielen konnte, habe ich mich gefragt, wie wird mich die Steuerung jetzt nächstes abfacken? Und das ist dann wohl die Antwort. Hey, my little friend. Stop messing and help me out of here, oder so. Werden wir. Alter, spring bevor du da reinläufst. Ah, ja, die Grafiken sind auch immer noch verbuggt und verglitscht, oder? Ist ja nur halb so wütig, finde ich. Es tut dem Spielspaß ja nichts ab, oder? Oder? Bitte sagt mir, dass es dem Spielspaß nichts abtut. Ich meine, ihr spielt sowieso nicht. Ich spiele ja. Ich glaube, da oben ist sowieso eine Platte für Didi-Kong und nicht für Donkey-Kong und ist hier noch irgendwas? Ne. Oh, Alter. Ja. Töte dich selbst. Genau das ist es, worauf ich so stehe. Banana Port. Tool the beginning. Und hier werden wir jetzt erstmal an dem Typen hier ein bisschen leben. Und an dem Typen werden wir auch ein bisschen leben. Bam. In your face. Und die Tür werden wir öffnen. Und hier dahinter gibt es Los, Sesam, öffne dich. Ach ja. Das Zeug. Womit wir zur Zeit auch noch nichts anfangen können, oder? Können wir? Nein, können wir noch nicht. Tretisch durften wir die noch gar nicht sehen. Das ist für Donkey Kong Spezialfähigkeit. Seine Fass Fähigkeit, die wir in diesem Level hier theoretisch bekommen würden. Aber. Alter. Meine Fresse. Holen wir uns auch von Candy, unser neues Instrument. Ja. Flirt ruhig mit uns. Bongo Blast. Oh. DK steht auf große Bongos. Tch. Tch. Stand a little Dingens. You have all the latest stuff for me. Yeah. Deswegen verziehen wir uns. App. Und wechseln wieder zurück zu Diddy Kong. Refreshen unsere... Ne, warte. Ich hätte theoretisch noch die Bananen, die da auf der Palme sind, mitnehmen können. Aber egal. Who cares? Wer braucht schon Bananen? Bananen sind für Idioten. Nein, sie sind nicht. Sie sind voller Vitamine und Zeug, was man braucht. Und jetzt mal gucken, welches es ist. Ne, das ist es nicht. Dann dürfte es das hier sein. Nach oben. Didi, 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 joh. Bam. Ha. Defeated. Jo. Da können wir dann gleich mit Didi langstratzen. Machen wir, nehme ich an, auch. Jetzt sofort. Weil ansonsten gibt es ja nicht mehr, was wir machen können. Die Fässer, dazu haben wir noch nicht so den Zugriff. Und... Hey, ein Crusher. Ein lilaner Crusher. Ein Fass für den Kong, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist. Und hier hinten gibt es Treibsand. Jo. Nice. Was für Donkey... Alten. Ist ja vielleicht nur in diesem... Na, sag mal. Crankys Labor. Cool. Och, sag mal. Dann halt nicht hier. Der wird draufs Ding. Scheiß mich. So. Abholen. Zeug. Ich will Scheiß haben. Boah, I've perfected another of my Potions, Dillian. Das ist schon... Bla, bla, bla. Ja, natürlich. Wir zahlen dafür. Das kostet 5. Die Teile werden langsam teurer. Rocket, Barrel, Boost. Boostum, Highest. Ja. Äh, bla, bla, bla. Ja, also ich weiß wie es funktioniert. Jetzt können wir auch die Diddy Fässer benutzen. Äh, dann bekommen wir diese coolen Barrel Rocket Launcher Teile. Die man schon aus... Also wenn man das Spiel nicht kennt, kennt man es vielleicht aus Super Smash Bros. War. Wo das Diddy's Ultimate war. Ultimate? Ne, ihr wisst schon. Sein. Ähm. Und hier... Jep, nehmen wir. Äh, und ja, wir können halt wehren und wir auf... Damit können wir fliegen mit dem Barrel Blasting 2. Was haben wir bekommen? Äh, ach ja, okay. Das sind auch die Donkey Kong Fässer. Äh, mit denen werden wir unbesiegbar für kurze Zeit. Bananaport haben wir noch nicht. Ah, das können wir aber... Jep, äh. Gleich zwei Ballons. Toi, es ist schon... Also, bedenkt. Ich spiele ja immer noch mit Tastatur. Mit Tastatur ist es irgendwie relativ knifflig, hier irgendwas zu zielen. Auch wenn ich das hier relativ gut mache, wie ich sagen muss. Oh, doof. Ah, ich hasse diesen Treibsand und ich hasse die... Das hier mit Tastatur zu steuern. Oh, komm, lass mich hier wieder drauf. Damit ich gleich irgendwo hier runterfallen kann. Toll, nice. Aber wir haben Glück, wir haben es noch nicht mit diesen nervigsten Gegnern überhaupt zu tun bekommen. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann werden wir erst mal hier noch auf diese Palme klettern und die Donkey-Banane holen. Des Weiteren werden wir mit Diddy Kong jetzt... Ja, das ist alles relativ konfus. Erst mal hier drauf klettern. Da drüben seht ihr schon so ein lustiges kleines Diddy-Fass. Aber eigentlich wollte ich da jetzt hoch. Damn. Ne, ich hatte das Ding schon gespielt. Ja, gut. Dann entschuldigt mich. Dann werden wir jetzt das Fass verrenten, um... Krass rumzufliegen. Ah, hier ist der rote Crusher. Du darfst sterben, würde ich sagen. Sterben. Snide for the win. Aber ich weiß nicht, wie kommen wir in diesen Tempel rein? Ah, das ist so ein... Hier können... Ja, jetzt verstehe ich. Dieser Tempel ist für jeden Kong individuell gestaltet. Das heißt, alle gehen durch die selbe Tür auch rein, aber sie machen alle was anderes da drin. Mal gucken. Wenn wir jetzt Diddy sind... Wo ist unser Öffnungsteil? Hier. Peanut Butter Jelly Time. Anscheinend kann nur Donkey hier nicht rein. Tür auf. Mal gucken, was wir da drin für lustige Sachen... vorfinden werden. Ich wette... Ah, fail. Ui, unsere... Unschrauben.